Willkommen auf dem Video Dies ist eine Präsentation des Produktes Kompaktkameras Nikon Coolpix P510 16, 1 Megapixels MOS Sensor mit rückwärtiger Belichtung 42-faches Superzoom mit optischem Bildstabilisator Beweglich und abklappbarer 7, 5 cm LCD Monitor mit 921.000 Bildpunkten Clear Color Technologie Integriertes GPS mit Routenverfolgung Full HD Filmaufnahme mit Stereotonaufzeichnung und Zoom-Funktion während der Aufnahme Für weitere Details und bekommen ein tolles Angebot bei der weltweit größten Online-Händler Amazon.de Klicken Sie bitte auf den Link in der Beschreibung unten Danke fürs Zuschauen